Herzlich Willkommen ARK EWOLF Wir sind in die nächste Höhle reingestiefelt Wir wollen in die nächsten Aktefakt Wir wollen bald den Bossgegner machen Hi Leute Hi Ja erstmal die Meine Güte Ey Wie viel sind hier zugekleistert So hauptsinnig Wie viel hier zugekleistert sind Ach ja ich würd's gern sehen Du Das siehst du auch Aber bevor ich das siehst Das kann ja fast dauern Lass dir Zeit Ich mach hier so mal Alles so bereit Hier ist doch immer eine Aktefaktor in der Ecke Warte mal Ist die Ecke oder der andere Ecke Das ist Warte mal Hier ist nicht so eine Aktefakt gehört Das geht schon Ich find's so geil Hier kannst du schon reinfliegen Zack Das Aktefakt Ist das Burner Ich find' aber Hier kannst du auch noch Und noch ein Aktefakt holen Ich weiß nicht nur wie ich Ecke meine Hast du gelevelt? Nein Der Flammenwerfer bringt's jetzt doch nicht so wie ich dachte Der ist doch nicht so der Burner So ich hab mir jetzt ein paar spezielle Betäubungspfeile für unter Wasser besorgt Das Wasser Ich hole uns einen Hai Fuck Ist jetzt schief? Kann ich nicht schießen? Oh Hier ist ausgang D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Hier ist die Kammer wieder Aber ich meine Hier gibt's noch einen Aktefakt Aber ich weiß nicht welche Ecke Ja Ja Hier nicht Ertrofen Ich glaube ich geflohen Ich glaube in diese Richtung Genau In diese Richtung geht's zu nächster Aktefakt komm her heilchen nein ich tue rochen dich meine ich nicht so wie viel sie hier zugekleistert ich kann es in den teleport reinklatschen hier ich muss vor ihm gehen genau da ist er nicht sagt ich glaube er ist betäubt ist doch schon wieder Viecher meine Güte wie viel sind hier au hey buff dämlich errochen was wir von mir wollen los komm ab rein mit euch keiner will euch haben tsch ich mache es echt hui ab meine Klemmbeuch so also na fris hai fris 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 soo gewicht soo dann abkauß hier warte soo was ich guck wo war dieses art gefakt ist da wohl das ist mir so einfach soo jachsack soo So, abkommt's hier. Schön. Zack, draußen. Alle T-Rex, na du? So, wie lange fliege ich mal wieder Richtung Heimat. Wir haben ein Hai, wir haben ein Hai. Hey, ich hab uns ein Hai geteilt. Zum Großer. Warte mal, wenn ich gleich hier bin, kann ich mal gucken, wie es aussieht wie ein Ante Klopf vor einer Ecke da. Es gibt auch eine spezielle Ecke da, wo eigentlich jeder baut. Ach Gott, der hat ein niedriges Level. Ich level den mal hier, ich geb ihm auch nicht HP. Oh, scheiße, was greift da an? Irgendwas greift hier den Hai an. Ein Phönix. Oh, Alter. Alter. Sieht doch wieder schön aus. Der blöde Rochen hat mir gerade die Hose ausgezogen. Das klingt so falsch. Blöden Rochen, hört jetzt auf. Ich kann die Rochen nicht töten. Oh, die blöden Viehscher. Ah, äh. Wir haben so ein Hai gekillt. Nicht schlecht. Die sind viel zu stark, die Rochen hier. Ich weiß ja auch nicht. Oh, mir ist die... Der Tech-Rüstung wurde mit einem Schlag von einem Rochen zerstört. Jetzt mal ehrlich. Haben sie den Viecher denn eingeflößt, dass sie so stark sind? Oh, die Ingeheimnädchen Damage-Stum müssen wir machen. Alter, das ist nicht mehr normal. Jawohl. Oh, oh, ich habe eine Basis gefunden. Das nervt voll. Äh. Fall durch. Oh, dieses... Alles reparieren komplett. Du. Ah, da. Ich glaube das nicht. Hä? Nein. Nicht rausschmeißen. Was soll denn denn? Was ist das denn? Ich meine... Ja, super. Super, jetzt ist das weg oder wie? Das will ich auch. Ja. Ja, toll. Ja, bravo. Wo ist das jetzt? Ah. Jetzt momentan richtig vom Pech verfolgt. Also, ich weiß ja auch nicht. Irgendwelche Viecher wollen mich ständig killen. Du, ich sehe eine Basis. Der hat so viele, ähm, ähm, Dingsdinger. Ähm, Schutzschilde. Ähm. Das sind die Noobs. Das sind echt die Noobs? Ja, das sind die Noobs. Sei vorsichtig. Agro. Lol. Hier wieder gerade durchgeglitscht. Schön. Echt die Noobs? Echt die Noobs bei Vulkan-Ecke? Ja. Die. Die sind richtig bösartig. Die machen überall, wo sie können, nur Stress. Alter, wie können sie so viele Schilder auf einem Fleckchen klatschen? Ich habe keine Ahnung, wie sie das machen. Du, ich sehe echt nur Schuldschilde auf einem verfackten Fleck. Unser geht, äh, unser braucht ein bestimmter Radius. Kannst du einstellen, den Radius? Okay. Bei uns wird angegriffen. Was? Ja, bei uns wird angegriffen. Hier sind, äh, Explosionsgeräusche. Ja, ich komme mal. Äh. Also chill, kommen sie drauf nicht. Können die einen nicht in Ruhe lassen, diese blöden Idioten? Nee, sie können einen nicht in Ruhe lassen. Was haben die Jungs? Wollte ich jetzt machen. Du, die haben gesehen, Schilder aktiv, scheiße. Kommen dort nicht mehr rein. Bei dem anderen Tybik auch durchgekommen, der hat auch ein Schild gehabt, denk dran. Ja, das ist nur da passiert, wo die ganze Elemente nicht mehr da waren. Hier ist das nicht. Nee, der war aktiv, der Typ. Sag auch für dich. Wo wir letztes Mal geguckt haben, war der nicht da gewesen. Ich bin gleich da. Ich glaube, nur die... Du mal ein paar Elemente in den Tresor rein, aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, die, 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 die gucken wir nicht nach Halbbögen. Da müssen wir auch, glaube ich, auch befestigen. Guck mal, was sie bekämpft haben. Oh, jetzt ist meine... Einheitlich farblich, ey. Ich glaube, wir müssen die ganzen Klippen, unsere Klippenverspringer... Lassen wir mal einen Geo-Boer hier in der Base innen drin. Kann ich auch mal reden. Ich denke mal, wir brauchen... Wir müssen die kompletten Klippenverspringer alle sichern. Das müssen wir... Ich habe mal Fählings gesehen. Der sieht echt schön aus. Wow. Hä? Äh, ist ein... Ist ein Grafik-Bug. Hä? Krass. Ist ein Grafik-Bug. Ist ein Grafik-Bug. Das ist... Das ist... Ich sehe das auf Video. Ist ein Grafik-Bug. Sieht aus, wie das ein Petri gestorben wäre. Deine Anzeige hätte ich gekriegt. Du. Das sieht aus wie ein Petri ohne Witz. Wenig Farben übrig. Äh. Muss einfach nur... Einfach von einem Felsversprung hochgehen. Ja, ich guck gleich einen Moment. Eigentlich wo der große Tor ist. Da einfach hochfliegt. Siehst du einen kompletten Grafik-Bug. Ich denke, weil ein Petri ist gestorben. Steht das eigentlich hier in Five-Bug eigentlich drinnen? Ähm... Nö. War der Megalo? Was? Ich? Ich hab den nicht. Find das Ding? Das heißt, ähm... 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 Ich glaub, das war ein Petri. Aber sieht aber schräg aus. Oh, der Witz. Guck mal. Guck mal, echt hoch. Ja, ich seh's schon. Wir haben... Wo ist ein Drachen? Drache ist über uns. Drache ist über uns. Wo kommt der drauf? Ja, hier ist ein Spieler. Oh, der zieht ganz schön sich, äh... Schaden rein. Wo kommt der drauf? Das sind die. Das sind die. Wo kommt der drauf? Na, komm doch. Komm, Junge. Wann gibt's hier Drachen, bitte sehr? Gibt's Drachen. Ich hab jetzt gar nicht viel gesehen. Ja, da musst du woanders hingehen. Das sind diese Scorch-Earth-Drachen. Das kam durch die Mod rein. Loll. Was ist der denn da? Keine Ahnung. Er ist da oben. Hm. Wer ist denn da runtergeschmissen? Ich sichere mal die Aktefakte gerade. Die machen aber echt schon gut schauen. Ich bin da so gefahren. Auf jeden Fall mehr Turrets. Was ist der denn da zum Teufel? Also, wo kommen aber woanders die... Oh. Aber ganz schnell. Oh, ich hab bis auf die ganze Zeit noch keinen Drachen gesehen. Da ist er gegen die Felswand. Ach, der schießt mit dem Raketenwerfer. Der will unseren... unseren Dings kaputt machen. Unsere... Unser Gewächshaus. Äh, warum? Keine Ahnung. Raketen gehen aber zu früh down. Warte, warte, warte. Das ist ein vollidioter, aber ganz nur ehrlich. Treffer! Ich hab ihn betäubt. Ja? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich hab geschossen und getroffen. Mal sehen, ob er drauf K.O. geht. Offen hab ich ihn. Warten wir es mal ab. Hey, du... Machst hier, äh... Tust hier was durchschritten und kannst hier... Nee, er ist weg. Er ist weg? Ja. Ah, schade. Aber ich hab ihn getroffen. Aber wo kommen denn... Hä? Es gibt echt die... Die Drachen? Wo kann man die denn bekommen? Hinten bei der schwebenden Insel, da schmachen sie rum. Aha. Ja. Da sind genug. George Earth. Du weißt, wie das funktioniert. Du musst erst die Eier klauen und dann, ne? Jetzt ja die Methode. Oh, so. Mehr von diesen Betäubungsmonit... Was... Dafür noch mal... Ach so, ja. Wir brauchen ja das Wolfsfell dafür. Ach Gott. Ich hab doch noch ein Fell geholt. Ja, aber das reichte nicht ganz. Ähm. Ach, bin ich blöd? Gut, wir haben nicht mehr viele von diesen Münzen. Dann verkaufe ich halt irgendeinen Dreck. Irgendwas, was man nicht braucht. Klingt normales Holz. Dann überschwimme ich halt... Was? Ich heiße Drakorex, du Horst. Alter. Drakow. Ich glaub's ja nicht. Drakow. Ey, da krieg ich Plack. So, Deppen. So, dann überschwimme ich mal hier den Markt mit allen möglichen Schrott, was ich noch nicht... ...wollt. So, dann muss ich auch mal ein bisschen mehr bauen. Okay. Wir sagen, wir enden kurz die Folge mal. Wir hatten einen kleinen Besucher, ich denke mal. Ja, pff. Kleine Abschne Abschicht für Wörter noch. Alles klar. Auf Wiedersehen. Oh, Leute. Oh, Leute.